Hasenegel. Hasenegel ist die Bezeichnung eines Parasiten. Der Hasenegel kann in den menschlichen Körper gelangen und kann verschiedene Krankheiten auslösen. Hasenegel kann nachgewiesen werden, unter anderem durch einen Speicheltest. Und dann, wenn man diesen Hasenegel analysieren kann, beziehungsweise nachweisen kann, dann gibt es wirkungsvolle Methoden, um den Hasenegel wieder aus dem Körper zu entfernen.